So, da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir ja auch mal irgendwas drogen. Also die da vorne sind auf jeden Fall zu stark. Ein Häschen würde mir ausreichen. Da hinten ist ein Häschen. Kadaver plündern. Ja, womit? Womit denn? Womit denn? Oh, was ist denn das? Oh nein! Hier! Lass mich! Geh weg! Fünf! So! Oh nein! Ich hab keine Pfeile mehr! Geh weg! Ich hab doch keine Pfeile mehr! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Ich fliehe einfach ins Wasser! Vielleicht bringt das ja was! Ich fliehe weg! Warte! Oh nein! Oh nein! ich brauche eindeutig mehr pfeile ich kann keine herstellen weil ich nicht genug ressourcen habe was fehlt mir denn und 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.